all right already rob spain joel mann von mother fucker ich sage mega gar nicht also du hast auf jeden fall ein name wo gemacht ist für die bühne finde ich ja viele leute fragen es ist eine richtige namen ja eine bühne name ja aber ist die richtige name ist mir richtige name ja rob geboren oder ja robert 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 spence ist ein schottische name ja und es kommt von einem ort wo man so die sachen toto sachen aufbewahren in ein schloss das so der schloss keller so wo sachen so essen und geld und das ganze das ist ein spänz und wenn du da etwas davon nimmst das ist ein expense und da kommt ein wort expense ich sage wenn ich meine frau nicht entscheidung machen ja habe ich ein expense krass ja es gibt ja auf deutsch die spende ok ja ja wieder mal etwas klärt der kommt auf und da ja und und wenn du wenn du misstrauisch bis suspense das genau das ist mein erstes titel für meine erste show war rob spence in suspense was hast du gemacht für der schritt viel es war eigentlich meine straßenshow und alle meine so ersten gags ja so mein motorbike noch mal meine ballon nummer ja und jongliert gezaubert getanzt bisschen akrobatik viel audience improvisation so wie heißt es audience participation leute auf die bühne kommen jetzt heißt ja crowd work crowd work stand up ja 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 ich habe deutlich auf die bühne und integriert oder ja nice nice es ist mega lang hart dass wir podcast gemacht haben ewig die beschein von der ersten gesehen fast fast fünf jahre und das konzept hat sich jetzt ein bisschen geändert habe ich gelesen ja ja und du hast extra du hast extra aufgeschrieben fünf verschiedene viel gut sachen aus dem leben vor der sozusagen sache nämlich mich wo ich keine viel gut so emotionen bekommen ja ja habe ich habe ich ist es bestimmt die reihenfolge ich habe ich habe eine reihenfolge aufgeschrieben aber es muss nicht die reihenfolge sein dann macht man mit der reihenfolge was was ist das erste erste etwas was ich gerade erlebt habe ist so laut lachen das ist andere leute so furchteinricht wie heißt das ist laughing so leer der other people get scared ja das wie sagt ja also ich habe gesagt irritiert aber wahrscheinlich noch mehr dass sie in angst macht ja in schreck angst liegt ja ängste schreckt oder ja und einflössend flugtein ja aber so ich so laut lachen dass es flugteinflössend ist ja das ist du hast mich auch was gehört in theater oder so man kommen die schoße ich bin hinten und man hört mich ja laut es ist sehr gut lachen ja sehr laut und ich erschrecke manchmal leute und für ein paar tage am herr meeting mit dem banker gehabt immer der ort wo man so lacht ja das war über shows haben über shows und es auch gewollt mit meinen show buchen und ich habe meinen witz erzählt ich habe einen witz die momentan auf instagram durch die decke geht 1,2 millionen views das ist der witz ich habe gerade herausgefunden dass in einer firma die mitarbeiter spielen fußball das die manager spielen tennis in der seo sind chef spielen golf ja which goes to show the high you go the smaller the balls yes love und er hat sich kaputt gelagten sagt ja das können wir leider nicht bei unserem firmenanlass machen weil es ist ein bisschen so unter die gold linie unsere klienten sind sehr weißt du reich und das können wir nicht machen sie ja natürlich mache ich nichts bei solcher sachen dann sind wir in einem restaurant gegangen ein sehr edeln restaurant in in lucien eine der schönsten und hat eine von seinen klienten getroffen ein billionaire hat mich sofort erkannt sagt rob spencer bin zu entfernen habe gerade diese gage sind mit dem golfer in den kleinen bolz ich habe so gelacht es hat einfach den ganzen restaurant weil die waren alles so edel und snobby und genossen ihren steak tartars und und ich habe so einer riesen lachen gemacht und alle im schrecken panik gemacht und dann muss ich nochmals lachen weil ich die reaktion gesehen habe aber ich liebe so moment ich meine es ist ja es sind ja zwei sachen es ist einerseits unkontrolliert lachen und oft ist ja den oder faktor dass man in so einem umfeld nicht darf ja oder mit z z ja und das macht sie noch schlimmer ja aber ich finde ich finde es lustig ich finde es nachher einfach nicht sehr sehr darüber amüsiert die gesicht von diesen 70 jährigen so steifen frauen die fast gekotzt haben mein lachen gehört haben aber die lachen gut auch durch alles durch muss ich sagen es ist richtig bellelove sagt man ja 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 das sind die das sind die gesundesten lachen oder ja je mehr man lacht aus dem bauch raus die beste es ist für deinen ganzen körper ja will ich lache ja auch manchmal wenn ich mich unwohl fühle und so aber das sind nicht bellelove oder das sind die ankommen und dann der bellelove das schlug alles hat es gerade vorhanden bei dir ist social media massig ist mega abgegangen die letzte zwei jahre das jetzt in neun monate wirklich ja endlich möge ich habe gedacht ja das ist ein man kann etwas machen vorher war immer so sehr oft fernseh konzentrierten einfach auf live shows und word of mouth und habe gedacht die jungen die benutzen das richtig so und habe einfach meinen sohn gefragt was soll ich machen um das das ist wirklich funktioniert und sagt papa wir müssen einfach gas gehen einfach deine videos schneider und poster und ja gibt einfach gas nicht okay versucht das mal und es ist wirklich durch die decke gegangen ich habe von 40.000 followers insgesamt auf 200.000 in ein paar monaten ja ja und aber die 40 die sind auch erst kobe vor zwei jahre oder so das ist schon losgegangen die 40 ich habe so mindestens über über facebook linkedin ins jahr habe ich insgesamt 40 ja und da habe ich 2009 angefangen mit facebook und hatte 15.000 facebook followers jetzt habe ich 45.000 followers und auf instagram hatte 5000 followers jetzt habe ich 207.000 und und ja tick tock von null auf 25.000 ist so geil mit mir seit jungen facebook facebook ist dead aber es ist es nicht ich denke die meisten davon sind alle aus deutschland das sind nicht so viel schwitzer dabei sind viele deutsche wild will natürlich auf deutsch ich mache es alles auf hockdeutsch ja im gegenteil zu die zu tun schütze das ist das kann man sich verbreiten überall das stimmt das stimmt videos cb was zum beispiel bei matteo oder so unser hochdeutsch gemacht hat und dann hätte es einfach noch mal viel größere rich kriegt ja so siehst es auch mit mir videos von deutschen comedian hier millionen views für ein video dem ok ist also die meisten deutschen comedian videos sind einfach ok aber das ist einfach zwischen uns ja ja aber was 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 halt noch spannend ist ist das gar es ist ja wirklich stupide arbeit wenn man die videos schneidet und untertiteln macht und was weiß ich das ist ja einfach das ist einfach büro arbeit es ist so mühsam und richtig anscheinst du tippst und marschend und genau es ist der gegenteil von kreativ genau gegenteil von was ein comedian machen will es wirklich deswegen hat machen wir es wirklich alle ungern aber wenn es der beklappt ist ja rewarding denn es geht hier nichts schöneres als jokes wo man weiß sie funktionieren dass dann die noch mehr lüte gesehen aber manchmal ist es wirklich es ist wirklich willkürlich war du denkst du diese sketches diese gag ist wirklich super gut kommt super gut beim publikum an ja ja und dann auf online es geht nirgendwo an und dann hast du eine wie diese gegen mit dem golfer das ist ein ok gag oder es ist nicht top gag aber es geht läuft für die sau sehr gut ich habe andere bessere aber das ist zum beispiel ich habe eigentlich wirklich liebe es ist ich ich hasse hausarbeit oder du machst im betten reinigst im badezimmer max abwasch und ein jahr später fangst du alles wieder von vorne an und ich habe das gebracht und das hat 20.000 views oder so oder ich dachte das ist ein guter gag ich habe 20.000 ist ja gut ja so ist aber es ist völlig willkürlich aber es ist ja oft mit jokes so man hat ja oft so eigene favorites und das publikum entscheidet ja am schluss denn trotzdem wer wirklich gut ist oder nicht ja ja und oft ist ja dann irgendwie das ist bei mir schon gesehen da habe ich jetzt schon hoch und er funktioniert nicht wirklich und dennoch hat irgendwie den umstellen und den umformulieren und schluss ist eigentlich ein anderer job aber ich in meinem kopf ich also wird befriedigung zu sagen ich habe gewusst das ist gut aber eigentlich ist eine neue joke ja ja aber man will ja sich dann so wie festheben oder ja ja ich bin immer ein bisschen überrascht mit ganzen internet und sachen zum beispiel meine ballon nummer das ist so ein hit ja das hat fast 90 millionen views worldwide jetzt ja auf verschiedene kanäle ja aber dann habe ich andere visual sketches die ich finde sind genauso gut oder noch besser wie mein boxer sketch oder mein zahnarzt sketch oder mein body builder sketch und die kriegen nichts oder so ja nicht ein bruchteil von dieser was den ballon erreicht hat wahrscheinlich ist einfach weil es ist sehr speziell es ist pantomime aber mit objekt ich weiß es nicht ich kann es nicht erklären aber für mich ist auch der zahnarzt nummer ist genauso lustig genauso gut ja ja und bitte ballon um ist ja spannend gesehen dass die schon mega lang auf youtube gesehen und dann irgendwann zehn jahre lang ja mit nur zu 60.000 views oder so und dann plötzlich boom innerhalb von ein paar tag war es auf 1 million und dann war es auf 20 millionen aber es ist nicht passiert eigentlich ist das video ist wahrscheinlich irgendeiner in india hat gut gefunden und auf sein kanal geteilt und irgendetwas haben 9 millionen india gesehen und dann das weitergeteilt ich weiß nicht irgend so irgend so irgend so so ok zurück zu den unkontrollierten lacher wo leute angst kriegen wo hast du das so ein schocker wo ich unkontrollierte lacher gab es für ein paar tag bei einer einer einem video gehabt so ein film geschaut mit meiner frau und da haben wir eine szene gehabt aber ich habe niemanden erschreckt einfach aus meiner frau wir haben einfach etwa fünf minuten lang einfach über diese blöde zähne mit mit frankow wie heißt es ist nicht so alt ich weiß ich weiß den namen nicht mehr es ist wie er spielt so ein it profi und trifft dann die eltern von seine neue freundin es ist james frankow da war jetzt james frankow und ich nicht nur der dings to be der von breaking bad der vater ja brian cranston ja genau ja 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 seine seine wo brian cranston auf die toilette ist hat es nicht unter kontrolle mit das ist so ein it hat das gesehen ja ich habe gesehen diese zähne hat einfach bei der frau einfach einfach zu lachen und dann war lachen so contagious ist und anstecken es hat mir einfach zu machen fünf minuten lang habe ich nur unkontrolliert ich weiß natürlich der film ist nicht ist nicht mega gut aber ist lustig es hat geschichten ja genau die geschichte ist wie egal ja ja genau aber aber ist gut gespielt und es gibt nicht mehr so viel von denen komödie früher hat es ja so was für alle brothers der sammeln about mary ja genau das super super bad hast du super bad mal super bad ja das so lustig genau und irgendwie so ich finde so komödie so richtig geile hollywood komödie gibt es wie nun es gibt es gibt kaum was gutes als hollywood in den letzten paar jahren ja und alles was auf netflix ist es ist das schrott finde ich wenn es wenn ich auf netflix bin ein grossen n links oben geht es etwas anders es gibt wenig gutes es gibt wenig ja ja es ist wirklich es ist oft was was halt so ein bisschen trend ist auch bekommen die kommen die film und serie ist oft dass es ja eigentlich wieso drama die ist es ist so es ist eigentlich ein bisschen serious tone und kommen die basiert dann halt einfach mehr so ein bisschen in der situation das ist ein bisschen weird moment ist einfach viel dunkle sachen und ich will kein dunkle sachen sie ja kein wirklich emotionale ich will klacken ich will am abend lachen habe so lauf out loud lauf out loud kommen dies jetzt gibt es wirklich nicht mehr so viel wie two and a half man oder ja so eine serie das ist dass du zu lachst nur die ganze aber ich ja 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 es gibt weniger gute jokes die haben wirklich super gute jokes sie haben wirklich einfach so perfekte one liner ja ein nach dem anderen nach dem anderen zack 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 das stimmt aber ich denke ich denke wenn ich noch sein fällt lue oder oder friends oder so es ist so gut geschrieben ja sein vor allem genial es ist so gut geschrieben dass es einfach verhebt ja absolut deswegen friends sind es immer noch nur eins die ganze zeit oder und ein paar sachen übersetzt sich nicht sehr so gut dann musst du auf englisch legen genau deswegen ist nicht so ein hit hier in der schweiz aber ja ja und es ist sehr spezifisch sehr new york sehr jewish absolut und darum der übersetzlich vielleicht nicht so gut ja aber ich weiß noch zum beispiel bekommen die serie es mal gesehen hello ladies von steven merchant na das ist eine komödie serie gesehen wo wirklich noch so lauf out loud okay steve merchant hat ja mit dem ricky gervais zusammen geschrieben früher okay die office und extras und so ja und dann haben sie sich trennt und haben allein sachen geschrieben und dann hast wie gemerkt was vor wem ko ist beim schrieb prozess aber dem ricky gervais sind es aber so ein bisschen die big topics und 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 def und und harsh stuff und das tiefen merchant hat wirklich kommen die elemente immer drei brach da wirklich ein spiel after life ist ja nicht wirklich lustig und hello ladies ist schaffend ist hilarious okay gut musik 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 slapstick und und pinnach im moment und auf lauf 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 ok kommen wir zum zweite zweite thema für mein thema meine happiness things einfach spontan spontan leute zu helfen macht mich glücklich das ist ja ja ich habe eine story von gestern war gestern einkaufen in unserer lokalen bio hof in in zug und kann mein typ auf mit so sagt der spitz haben wir haben ich bin hier mit einer gruppe von blinden und wir haben machen so eine eine ausflug und sie werden sicherlich sie erkennen wenn sie ihren stimme hören wäre es möglich für ihnen einfach ein bisschen comedy zu machen und da waren etwa 20 30 so blinde leute um einen tisch das war schon ruhig da drin weil es war ja nur diese tisch oder hier ist okay ich mache meinen einkauf dann komme ich zu euch und dann habe einfach bis einkauf gemacht und dachte ja okay blinden ok dann ja das ist das geht schon okay ja mich ein bisschen bisschen sketch überlegt was ich kann es nicht politisch inkorrekt werde diese situation nicht dass ich viel blinden wie zu haben aber ja ich habe es gemacht die ging einfach zu ihnen anderen hat mich einfach vorgestellt die leute waren super und dann dann habe ich aber vor fünf minuten habe einfach ja ich habe gehört ja sie sind hier und machen ein bisschen party habe gedacht ich mag für euch ein paar pantomime nummer als anfang und da schon eine große lache und da und da ich hab das alles ein bisschen auf die schiffe genommen und ja das war einfach die waren und haben so viel freud die leute einfach gespürt haben unerwartet ein show bekommen oder ja für mich unerwartet eine show gemacht aber ja ich lief einfach raus mit gutes gefühl wirklich dass sie jemanden aus aus dem nichts heraus einfach glücklich gemacht haben und denke das ist eine schöne sachen im leben oder wenn plötzlich etwas passiert wo die leute helfen kannst oder es bringt ein ogen enorme glück gefühl absolut ja ich habe einmal in einem abend ich bin nach herr sie kam mit dem zug von basel muss du wechseln und eine frau stieg aus dem zug heraus müssen ohnmacht gefallen und sie ist zwischen den zug an der plattform runter gefallen weil in der zug wollte so weg weg gehen und ich war mit einer frau eine andere frau da ich habe geht zum wechsel den typ der kontrolleur und sagen sollten den zug anhalten ich bin einfach unten zu gesprungen an diese frau gehebt dass sie war sie auf dem track ein arm auf dem track und wahrscheinlich habe sie dann herausgerissen aus dem aus dem zug ersten platz unter dem plattform heraus und dann kann man sie kann sie wieder zu uns etwas ist passiert dass er ja du bist einfach im markt gefallen okay und dann sie ist dann weiter nach hause gegangen ich habe jetzt gar ein bisschen superman gefühlt oder super oder das heißt ja ich habe danach gut gefühlt für die nächsten paar tage ja es ist auch einfach die kleine kleine sachen wo du leute jemand hilft ja über die straße oder genau es gibt ja das alte das alte sprichwort oder die gut die tat am tag und gut die der das ist schwierig zu tun was wir leben in so ein welt wo alles gut gehen oder ja ja ich sage du weißt dass du älter wirst wenn eine alte dame über die straße hilfst und diese dame auch noch deine frau ist aber es ist schwierig schwierig diese momente zu finden aber auszunutzen es ist auch den augen offen zu halten einfach andere leute zu helfen oder das ist auch ein ding oder ich glaube es ist ja voll mal das ich weiß schon auf dem handy die würden nicht einmal merken wenn jemand auf dem boden liegt ich glaube es ist mir das es ist ja klar klar geht es uns gut aber man kann immer in irgendeine art und weise eben eine kleine gute tat machen oder helfen also weißt es ist ja auch der klassiker ist wenn irgendwie etwas am boden fällt oder weißt ich kaufstaschen reisst oder so zu helfen dann hast du zum teil leute wo wirklich auf gerade gerade dort stehen weißt so bei ihnen fällt irgendwie das joggurt am boden und sie laufen auf zum witter sie wirklich so ja gut ja es ist auch eine andere mentalität es ist auch in australien ja wo ich aufgewachsen bin auf dem landen so wenn du ein problem hast dann hast du wirklich kein problem oder wenn keine die hilfe dann hast du eine auto panne hast ja und bist im arsch der welt niemand anhält dann hast du ein problem oder und so es ist wirklich in unserer mentalität wenn jemand ein problem hat zu fragen in australien sobald du in australien bist so das touristen sagen das immer wieder auch die australien sind so hilfreich weil es ist einfach in unserer mentalität ja 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 oder weil wir leben in einem ort wo ja ein ein bis für meinen spinnen acht minuten später bist du tot oder irgend so sonnenbrand oder so fällt es um irgendein klein problem kann sehr schnell tödlich sein ja und die leute schauen voneinander mehr und das ist ein bisschen mehr für unsere mentalität in der schweiz tcs tcs und rega das heißt erledigt sich dann schon irgendjemand macht das schon wenn du auf der a2 am strossenrand stehst dann haltet niemand das ist ja das ist das ist so aber das ist wahrscheinlich besser besser ja mega schön das geste passiert geste passiert ja der auftritt ja der kleine auftritt und rach nicht gestellt ja schon ich habe so doppelte preis gemacht weil es so spontan war last minute last minute oh mein gott das das finde ja aber ja die können den rechnung gar nicht mal sehen so ist es stört in der nöte ich hätte fünf mal können fragen ich habe ja auch gefragt gestern ein rechnung oder man sagt invoice auf englisch der deutsch man sagt rechnung ich weiß nicht wie es heißt rechnung ich rechne nie damit dass ich eine rechnung bekommen sollte umrechnung nennen oder hat ja aber invoice für die ja lustig invoice ja es hat auch keinen großen sinn nein kann ich nie verstanden ich danke immer an ans französische faktor faktor ja es ist ja okay also so meine nächste ding ist haben wir diesen thema schon dabei oder leider du bist automatisch zum nächsten also smiling ja ja nur smiling ich habe in letzter zeit viel gearbeitet mit neue wissenschaftler und so das ganze neue wissenschaft vom lachen und so auseinandergesetzt ich arbeite mit dem professor nicht professor dr barbara studer von uni bern wir geben so vorträge über am humor und lachen und unsere mentale gesundheit und ja ich habe einfach ein bisschen neigung dazu ich habe nicht gern kritik und wenn ich ein etwas schlechtes lese oder über mich oder so dann neige ich sehr schnell weißt du das ist das ding oder du kannst zehn positive affirmations bekommen und dann einer schlechter und den schlechter geht im kopf oder es ist mir auch ich kann 100 leute im publikum haben nur eine lacht und das einzige ich sehe oder stört mich wirklich sehr und ich habe wirklich herausgefunden dass einfach wenn man ein läppeln aufs gesicht drängt oder wirklich drängt und das hält ja eine minute ja es ist fast unmöglich so negative gefühle hoch zu bringen wenn du wackelst ja und hat so eine wahnsinnige ist schüttelt einfach die gleiche hormone frei wie beim lachen oder so serotonin oxytocin endorphins dopamins bringt die cortisolevels aber und soja so fast mich wirklich glücklich macht wenn ich konstant glücklich macht ist einfach freude macht es einfach konstant zu zu lächeln ich versuche es jedes mal wenn ich irgend so etwas stört wie zum beispiel meine frau oder kinder einfach zu lächeln und wird alles dann wieder gut aber es kann ja dann auch crazy wirken oh ja absolut das finde ich auch geil das ist wirklich einfach so kriegst die schlimmsten nachrichten oder wo sie lange gehört hast irgendwie alle sind im autounfall gestorben machst okay oder einfach mit dem lächeln herumlaufen hey die leute schauen dich an i have a joke in english it doesn't work in german but i say in 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 zurich smiling is frowned upon es kann man nicht richtig gut übersetzen was eine redewendung auf englisch smiled upon aber um ja und das ist auch ein bisschen ein ding in der schweiz wenn die leute an lächelst ja die haben das gefühl du willst was du bist crazy oder in australien du lächelst jemanden du kriegst sofort und lächelst zurück oder we greet each other more it's more so g'day mate hey ja wenn du aber hier ist es ja aber es gibt was leute an du kriegst gar nichts zurück ich habe es immer persönlich genommen gibt es öffentliche moment wo es irgendwie noch was sich im zug oder was weiß ich und dann gibt es wie zwei variante es gibt irgendwie ich ich die menschen verträumt lüge ich ihnen so etwas um und danach hat logischerweise ist ja in unserem naturell mehr beobachten immer leute oder ja und leute spüren dann dass sie beobachtet werden ja und dann lügen sie die irgendwann aha und dann gibt es wie zwei möglichkeiten antwort lüge mit den grad weg oder man bliebt und machte so ein einzelner smile oder sehr und denen ist so hat gesagt 50 50 kunden smile zurück und manches ist einfach so was will die person von mir ich habe mich ich habe mich an der schweiz ein bisschen gewöhnt und ich war in australien für ein paar jahren ich war in einem pub hier und gegenüber mir war ein mann so 65 ungefähr so aber gebaut wie viel wie ein lifesaver wirklich super schöne körper und ich habe ihn einfach einfach angestanden einfach mit dem gedanken wow der sieht aber fucking gut aus der 65 oder ich habe es gesehen wie alt er war und weißt du einfach in der schweiz das kannst du machen und das stört niemand oder und der typ mehr dass ich ihn anschaue schaut mich wirklich bösartig an hast du problem nein nein ich hatte einfach sagen du bist du hast ein unglaublicher körper ich bin einfach neidisch und er ist einfach einfach weggeschaut nein nein kein problem aber ich habe fast eins auf die fresse gefahren und das ist in australien auch den dinge oder nur die lecker schaust jemand dann ist es einfach provokation ein schlägerei ja in der schweiz ist völlig normal mega vor allem irgendwie ich glaube grundsätzlich in der schweiz lütt starre viel hat mich freundin auch immer viel meine kinder in zürich weniger aber aber in kleineren ort also jeder andere stadt leute starre kannst du dir vorstellen wie es ist für charlie ja ja wenn ein kleines leider schon es ist es ist wenn ich kriegs bekannt ja und auf jeden plakat und dann geht ein kleines dorf denn die leute werden wirklich starre ja ich frage mir ob sie mehr starren seite bekannt ist oder weniger will will doppelt so viel wahrscheinlich bekommen aber einfach weil er wirklich schwarz ist und dann einer weil er wirklich bekannt ist ja jetzt im doppelpack ist ist das schwarze bekannte wo man wissen dass er bekannt ist logisch ich meine ich ich hatte es mal kam wo man mit meiner mutter der damalige mann mit meiner schwester sind wir in new york gesehen und das sind wir auf brooklyn und dann sind wir halt irgendwie sind wir in ein viertel ko wo man halt mit abstand die einzigen wissen sie sind und ich irgendwie hunger kann sie mit einem mcdonald's oder irgendwie sogar und dann haben halt alle da drin haben uns halt einfach angeschaut und ich bin wie zwölf oder so und dennoch anität denkt so so ist es denn der minderheit zu sein ja so ist es für etwa bei uns ja und wahrscheinlich noch viel schlimmer es ist nicht ein schlimmes gefühl gesehen ist einfach überraschend gesehen will es zum ersten mal in meinem leben passiert ist so ist es so ist es bei uns weil eben schweizer starren sowieso schon und wenn du dann noch ein bisschen anders ausgesehen ist nicht mal viel aber bis dann starren sie noch mehr je nach ort ja ich habe das auch vor ein paar wochen in in südafrika erlebt ja bin der falsche viertel gelangt ja dann plötzlich alle augen auf mich ja ja gut ich habe es gerade jetzt im sommer in paris das habe ich charlie erzählt hat haben ja gelten wirklich ich bin in der quartier gesehen meine mutter hat schon gesagt es heisst little africa und danach bin ich irgendwann mal spazieren und dann merke ich wirklich so im umkreis von drei kilometer merke ich ich bin der einzig wisse und ich habe dem tag ein weisses t-shirt angekommen und ich bin wirklich so umgelaufen und dann denke okay nach der rücken ein grosses ziel mit schrift bitte ausräumen bitte mein handy klauen sie sind alle super friedlich gesehen eines ist ein kohr eines kohr das habe ich charlie verzehrt er gesagt hey kocha kocha und ich so no merci und da habe ich es mit charlie verzehrt er hat von dir wollen wahrscheinlich ja logisch du wissi du wissi schneemann weißt alles wiss ich habe kokain dabei was hast du gehabt christoph zeig das mal expats stören sich an starrenden schweizern siehst du ja siehst du ja ausdruck was swiss star swiss star swiss star und da kummer und ist charlie natürlich ist überall zeig aber zeigt noch mal was steht schreibt eine amerikanerin sich so frustrierend ok ok aber es sind 20 minuten artikel also bis jetzt ist noch keine info das sind einfach so ein blog hat es noch irgendein experte meinig irgendjemand hat gesagt autor okay das ist ein interview das gut lang okay das swiss der ja aber aber die schweiz ist schon sehr eben sie sind immer alles in ihrem garten und so und darum finde ich smiling ich finde ich auch im bezug auf interaktion mit menschen finde ich wahnsinnig wichtig wenn ich wenn ich nicht so einen guten tag merke ich auch wenn ich vergiss und mir dann manchmal muss zwingen ja was macht es so einen unterschied es macht so einen unterschied wenn du irgendwie kann ich an der tankstelle oder im supermarkt und kiosk war immer einfach schnell lachlich passiert aber im gegenüber bis absolut absolut das ist es schüttelt auch bei ihnen auch hormonen aus das ist etwas was ich ich arbeite mit jemanden geben zu einer thema vom körpersprache und soll ja wir haben über millionen von jahren gelernt körpersprache im anderen sofort zu so zu sehen oder zu kritisieren oder so merken oder in ein blitz sekunde beschauen jemand anderen wir sagen kopf sagt sympathisch und sympathisch mit dem terminator scan ja genau wir machen ins gern oder und das weil wir sozialwesen waren und so und treibt es war überlebens wichtig das zu schnell herauszufinden ist das ein freund oder es ist ein feind oder und ja innerhalb von ein paar sekunden bist du dann tot wenn es ein feind ist und diese leckung das ist einfach zeigt sehr schnell dieses gesicht kann ich vertrauen diese menschkeit diese körpersprache kann ich vertrauen der ist okay oder und deswegen ist es so wichtig dass es geht verloren eigentlich diese diese leckung mehr mehr zu benutzen einfach einfach um die vertrauen und den verbindung aufzubauen und der connection ja und dann wenn du diese leckung und dann die leute zum lachen bringst oder dann kriegst auch noch die oxytocin hormonen frei die connection hormone frei sauer verbindung oder und die leute vertrauen dich viel schneller so leckung und dann lachen ist es das beste was du in einem treffen kannst du ja ich finde ich finde so sache wahnsinnig spannend will evolutionär der körper und unser hier nicht sich über über tausende von jahren entwickelt hat in den letzten paar jahrhundert nicht einmal jahrzehnt jahrzehnt ja unser leben sich aber so drastisch verändert hat ja der körper und hirn sich aber gar noch nie eigentlich an das anpasst hat und das ist das problem mit den kids heutzutage jetzt aufwachsen mit dem bildschirm die ganze zeit oder und die sehen es jetzt in amerika extrem haben wirklich viele psychologische probleme mit kids die sie können sich mit richtigen lebendige menschen nicht richtig einschätzen sie gefühlen oder sie führen diesen gefühl sie werden mehr zu diesem asperger syndrom so forciert einfach nur diesem diesem handy nicht handy wird mit dem bildschirm mit dem ipad mit den things wo sie einfach nur spiele spielen und mit keine richtigen interaction haben sie wachsen mit diese dinge auf oder die fahrer zu weinen eltern geben im ipad und das wird wirklich so ein riesen problem dass die kids und kids weniger auch kids lernen nicht gelangweilt zu sein und untereinander einfach die spiele zu machen und einander zu kitzeln und hetzen und was wir gemacht haben oder wir waren du wenig als ich als kind ich war verdammt viel gelangweilt und langweilig ist eigentlich super für dein gehirn ja anfangs waren kreativ zu denken deine eigene spiele und deine eigene ideen er meint die beste ideen was ich hätte für meine karriere habe ich auf dem schauffarm gelebt gelebt das als als scharfe hütte sass da mit 400 schafe ganzen tag lang und du denkst und träumst nur was alles was ich machen will aus auf diesem farm herum sitzen mit fucking schaffe und ja diese langweil hat mich wirklich dann inspiriert so comedian und schauspielern und die ganze welt zu sehen und zu erleben oder ja und ich glaube es geht ja dann noch weiter dass heutzutage sehr mega viel prozess automatisiert sind und durch das dann auch noch mal weniger interaktion hast klar kannst du mit dem umfeld interaktion haben aber auch da ich meine du kannst ja theoretisch kannst du jeden tag mit jemandem schreiben und dann hast du in irgendeiner art und wiese interaktion mit der person aber gesehen dass sie vielleicht alle halbjahr oder so und dass das ist ja schon weniger wie früher wo man irgendwie noch vorbeigegangen ist und so ja ja und jetzt ist es jetzt ist es wenn wenn einer spontan vorbeikommt oder was machst du hier und früher als ich irgendwann war ja wir haben besuch ja ja besuch war normal ja spontan die aber essen ja hast du gegessen ja abend essen oder aber das finde ich so schön dass das bei der janik oder ihren kinder dass es so ist dass effektiv auf die andere kinder kommen oft ab und zu gelüten was ich bin ich daheim und sonst gerade niemals und es ist so und so da und so nein heute nicht aber dort gibt es das noch dass wirklich so das quartierleben hast dass menschen einfach die kinder vorbeikommen lüten zum frohge ist aber da damit sie können spielen und eben im erwachsenen leben ist dann so eigentlich so freinerische busbillette hast noch vorne beim buschauffeur oder der buschauffeurin kauft er steht der interaktion kam ja 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 immer weniger interaktion und irgendwie asse bestellen kann ich jetzt auch per ab machen für ihn müssen anrufen ja 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 manchmal sogar die lüten kennt oder ja ja dann ist es da und darum wenn du noch ein bisschen zurück ja und forcieren zurück mehr interaktion statt beim check out zum check out in koop ja selber machen geht zum kassierfrau und fangen an mit ihnen zu reden die haben die sprechen gerne absolut wenn es gibt ja wo ist das in berlin gibt es jetzt der bla bla kiosk auch wirklich ja okay ein aufgemacht hat wo effektiv man einfach kaffee biko zum reden okay ja okay viele halt wieder bedürfnis haben absolut und das ist der klassiker wenn es wenn sie die plauder kasse genau und die wird jetzt mittlerweile ist das basel ja basel gibt es auch ein paar genau plauder kasse so geil weil das ist oft das problem dass du an einer kasse bist und jemand plaudert vorne dran und du hast natürlich stress und findest aber es braucht es mega fest ja und ich hatte es ich hatte es kann das denke ich immer wieder die kleinen interaktionen wenn es ein bisschen mehr ist was das ausmacht wo ich wie heißt die tagstelle richtig zug ich bin nämlich zu dir gefahren das weiß ich noch okay wie heißt am albis da diese meistop aha ja 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 die große meistop ja meistop die raststätte ja und ich weiss noch wir haben ja mal ich habe dafür physikal kurs neben dir ja und da bin ich immer auf zug gefahren oder und dann halte ich arbeite meistop hole mir kaffee wo ist wo der selbe raus los und dann gehe mit an der kasse und sie hat nicht gewusst was für kaffee sie ist weil es kann irgendetwas sie und dann hat sie nur gesagt so was haben sie da unter dem deckel versteckt und ich habe das ich habe das so ich habe das so schön gefunden ich weiss doch nicht mehr cappuccino sehr gut das ist es ist so einfach oder die leute ich war in einen fisch kaufen für ein paar tag war vor dem counter weichen x verschiedene fische oder und der typ sagt ja was was möchten sie haben nicht sagt er sagt haben wir heute nicht aber wir haben lachs und super verkaufstechnik oder das ist einfach die leute zum lach zu bringen dann habe ich dann etwas gekauft ja 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 ich habe schon denkt du sagst dann ich habe keinen fisch aber das ist mega wichtig top smiling sehr gut ja okay das ist meine meine zweite meine nächste ist meine bille dass ich über etwas lesen kann gute brüllen übrigens danke ist es gibt mir ein super guten gefühl wenn ich sehe wenn ich kurs sicher wird so großes humor kurs ist ich hoffe leute einfach mehr spaß und humor in der leben zu integrieren auch für firmen und so ja und es gibt mir wahnsinnig guten gefühl wenn ich sehe wenn leute kommen sehr zurückhaltend inner oder und verklemmt und wollen keine übungen machen oder haben angst übungen zu machen und dann nach dem ersten tag oder den zweiten tag dass sie sich sich herauskommen und spielen hier machen blödsinn und ihr inneres kind wachst und das ist einfach diesen diesen riesen schritt von diesem menschen wenig lacht und gar nicht lustig ist ja ein mensch der andere leute zum lachen bringt sehr einfach das wollen wir alle können oder und ja wenn ich sie diese wachstum es macht mir einfach stolz auf eine seite aber einfach freude ich fühle mich wirklich sehr gut ich fühle mich tagelang danach wenn nachgängig eine gute workshop gemacht haben für mich tagelang das einfach so ein satisfaction im körper dass ich etwas gutes gemacht haben für die welt und etwas gutes für diese menschen und ja ja es ist einfach das wie ein du ein pflanzen hast dort und du gibst ihm jeden tag ein bisschen wasser und plötzlich hast du eine blühe und es ist genau mit menschen so wenn die leute einfach bisschen wasser gießt gibt es ein bisschen attention zuneigung und unterstützung und vertrauen und glauben du gibst es einen menschen und siehst das innerhalb von sehr wenig zeit so viel wachsen und einen ganz anderen menschen ganz anderen blickwinkel ganz andere mentalität wechseln kannst es ist für mich das schönste es gefühl alle menschen haben das in sich ja ja also alles in alibi getrom weisst ich habe so viele leute auf die bühne gebracht jahren oder tausende von leute auf die bühne gebracht und die meiste von habe null bühnen erfahrungen ja oder und die die kommen raus und meistens sind sie zurückhaltend aber innerhalb von ein paar sie kriegen ein zwei lachen und das fühlt sich gut an und dann kommt diesen sie sind stolz und diesen spaß auf und dann fangen sie an zu improvisieren mit mir ja die ganzen angst geht weg weil angst das bleibt nur in deinem körper ein wenn du auf die bühne kommst nur 20 30 sekunden und wenn du schon da business überwünscht mit angst mit allen oder wenn du irgendeine angstsituation bis es bleibt nur im kurzen zeit wenn du siehst okay ich bin eigentlich safe es kann nichts passieren dann geht es dann weg und dann fallen sie sofort in diese schauspieler rollen ich habe manchmal die unglaublichste erfahrung gehabt mit leute mit null erfahrungen auf die bühne und auch ich sehe mit leute die 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 ich bringe und es etwas was ich schön finde es ist ich habe früher kurse gemacht für kids die krebs überlebt haben und die introverts waren bei solcher übungen nicht besonders gut haben schwierigkeiten gehabt oder und die extrovert kids super die waren super auf die bühne konnte sehr gut integrieren und so wir haben zuerst so diese workshop gemacht mit so bühnen übungen und dann haben wir ideen gemacht für einen film und dann haben wir dann einen film gemacht mit haben so eine kleine geschichte eine horror story oder eine liebesgeschichte oder einmal haben wir so ein action film gemacht charlie's angels so copy mäßig oder und die kids die introvertiert introvertiert ja man die man schlecht bei diesen übungen aber sobald ich ein kamer auf ihnen hätte und sie wissen ich bin nur ich und kamera die waren viel besser als alle anderen oder sie haben sie haben aneinander die waren sie lustig sie waren einfach mit kleinigkeiten gespielt mit augen und so und einfach diese diese frechheit haben sie herausgelassen diese inneres kind dieses verspielte skin die decke geht sie machen normalerweise nur unter freunden genau und dass das ist es die meisten so dass es man sieht leute die introvertiert sind denken wir haben keinen sinn für humor aber es ist einfach sehr humorvoll aber du musst sie einfach wirklich gut kennen bevor sie es zeigen und das ist das gemeine erfahrung ist einfach dass jeder hat jeder jeder menschen nicht irgend so eine mentale krankheit oder können haben sollen einen wunderbaren sinn für humor ich habe ein bruder der ist geistig zurück und aber der hätte es so lustig kommt damit die lustige sachen und extra er weiß aber das ist das spannend dass mit introvertierten menschen dass das geschehen auch bei zb leute zum schauspiel wo etwa vor kamera stehen super super schauspieler zum schauspielerinnen und dann werden sie aber in wie bei einer karnik award show oder was auch immer wenn sie live auf der bühne stehen vor leute ja und es ist ein anderer mensch ja das ist es auch beim interview ist manchmal die sind so vom film so cool und ja und ich meine dass das gefühl kenne ich selber auch mit irgendwie wenn man so übungen sieht wenn man zu einem kurs geschah da gut sie aber darum dass man dass man sehr physisch wird ich meine ich habe den kurs bei dir gemacht oder der physical kurs sozusagen wo man ja die keine ahnung wie nennt man das self-consciousness wo man eben so wissen als eine aussensicht hat um es denkt das gesetzlich blöd aus wenn ich das jetzt mache ja deine hemmiger ja hemmiger genau das das habe ich das habe ich zum beispiel keine impro comedy gemacht habe bin ich gegangen und da habe ich denkt ja super wir haben eine show und dann sagen die leute eben irgendwie das regie und ihr seid dann okay und jetzt die sehen und jetzt das aber zuerst haben wir noch eine halbe stunde oder so uns aufgewärmt und aufwärme ist wirklich gesehen okay jetzt läuft musik und überwägen der kraft irgendwie und wenn musik stoppt danach hat machen der impro szene mit der person gegenüber in der emotion oder kratzen und jetzt sind und weiß alles und wo das was geheißen jetzt machen wir zuerst die aufwärme ich bin gar nicht so nein sicher nicht oh mein gott was so irgendwie habe ich gekriegt aha wirklich okay und dann hat es 15 minuten gange und denen kommt die lockerheit und los ist ein bisschen los und dennoch ist show mega geil gesehen will ja dann aber auch in dem hirn sich das mehr aktiviert ja das und das ist das ding oder nicht sehen ich versuche das auch die leute zu mir kommen oder das ist alles training humor hat jeder kleine kinder lachen so zwei bis drei hundert mal am tag aber sobald wir in die schule gehen wird das ab und sobald wir arbeiten geht das geht dann dramatisch ab wie eine rutschibahn oder weil wir haben einfach ja wir hören in der schule oder ruhig sitzen halt die klappe nicht bewegen sein nicht so blöd sein erwachsener oder und wir kriegen einfach alle unsere kreativität fliegt weg und wir alles was wir lernen ist gehörsamkeit und still sitzen und einfach lernen oder und sobald du gibst die leute einfach die chance wieder so zu spielen für wieder zurück zu diesem inneren kind dann kann das wirklich sehr schnell wieder raus und und innerhalb von kurzer zeit hast du einen riesen schritt und es ist okay so humor hat jeder aber comedy talent und so anekdote zählen so ja sind skill das ist genau wie tanzen das hast du auch gesehen mit so viele junge comedian sie kommen am anfang wenn sie schrecklich aber nach ein paar monaten haben sie schon fünf gute minuten einfach wo practice makes perfect so humor hat jeder aber wir können wirklich an unsere comedy skills und das ist mit kommunikations skills communication skills in humoristischen art und weise verbessern und du siehst es auch mit comedians was wir viele leute denken wir gehen einfach auf die bühne und wir sind lustig aber nein es ist wir arbeiten sehr viel unser text und das lernen und coachen und so bis es wir auf die bühne gehen es ist wirklich ein skill es ist wirklich wir sind nicht die ganze zeit lustig aber je mehr man es macht und je länger dann wird man spontaner und lustiger genau ich war manchmal pandemie mehr die körper gehalten ich habe stand-up comedy gelernt weil ich musste es lernen weil es kann man weißt du weißt du wieso wie wirklich zum stand-up gegangen habe ich hab dir mal erzählt vielleicht aber für zählst du mal weiß ich war früher viel physical comedy viel pandemie und jonglage und so und ich wollte zum und ich habe beim quatsch comedy club so sketches gemacht physical comedy sketches oder in deutschland mit wie heißt es ja thomas hermann und ich habe in 2006 angerufen sagt ja ich will vorbeikommen nochmals im quatsch ja ob du musst jetzt nur stand-up machen wir machen nur stand-up und ich dachte shit die zeit ist gekommen hier in deutschland wo sie nur stand-up wollen wie in england in amerika und so habe ich einfach gedacht okay nächste show schreib ich nur stand-up und habe ich meine erste stand-up show geschrieben tierisch 2006 und das hat wirklich dann das wirklich meine schritten stand-up comedy aber es war mich ein ein riesen wie heißt es überwindig überwinde ich war so nervös ich habe fast ein herz einfach bekommt meinem ersten auftritt einfach aus der show nur stand immer requisiten gehabt kleider perücken weißt du was music und jetzt ständig zwei stunden lang und habe nur wirklich erzählt oder ich habe das alles verzichtet und es war wirklich für mich ich habe eben sowieso sogar meine meine requisiten für meinen zahnarzt sketch und mein ballon auf die seite gehabt zur sicherheit einfach falls es wirklich so scheiße jetzt niemand lachte dann kann ich diese nummer schnell machen oder so der klassiker okay dass den werk durch ballon wirklich gedruckt in stand-up kommen ja am anfang nicht besonders gut aber ich habe es einfach gelernt und bin jetzt ist 24 jahre später bin immer noch nicht so gut wird immer bis immer ein bisschen besser es ist nicht wirklich mein ding ich mag es aber ja ich würde lieber bis ich liebe es ich liebe stand-up comedy schauen aber ich bin einfach selbst als stand-up comedian bin ich nicht der beste aber als physiker sehr sehr gut ja einfach sehr sehr gut einfach weil ich sehr viel daran gearbeitet habe und wenn ich shows mache dann ziehe ich einfach die besten sachen rein ich schreibe enorm viel das ist wirklich genau und dass das schliesst du oder kreisst du dann wo man am anfang gesagt hat es gibt ja jokes wo wir selber mega gerne hat aber man muss dann halt auch ehrlich mit sich selber sie und dann irgendwie mal los wie kommt es wirklich ab im publikum ja 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 man kann sich so gut schießen ja enorm gut ja man kann ja wirklich einfach zwei lüten gelachen ok das ist super der party ja 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 das ist genug aber wenn es denen okay aber noch im vergleich zu dem eigentlich nicht oder ja das ist auch so wenig wenn ich zurückschaue manchmal auf alten shows auf video und ich höre die lachen und damals habe ich gedacht ja super komponente und ich schaue es heute an und denke da fehlt wirklich ein lachen an diesen in diesen show ja 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 der eigene anspruch verändert sich ja 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 genau das denke ich auch wenn ich alles zügig mal gesehen oder höre wie wir denken ja aber ich habe dort mal eine nummer gemacht ich will mal drei los und er denkt so dass eben das level verlacher wird mir nicht lange nicht 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 genug davon und nicht laut genau und nicht lang genug ja und was hat man jetzt wollen sagen bei mir sein genau so umgekehrt wenn du sagst das stand-up stand-up verdienten so eben so sich so fremd angefühlt hat ich meine in dem ganzen wo ich bei dir physikal erklärt habe ist ist ja die die dj nummer entstanden wo nicht wo ich dann gemacht habe ja und das ist ja auch einfach gesehen aufgrund von du hast gesagt mach mal mach irgendetwas oder manchmal das machen auf die freie du hast gefilmt so ist es kundschaft immer rein und machst etwas anders ja und dann gehst du wieder raus und dann gehst du wieder rein und gehst wieder raus und das dann dort eben das kreative ding irgendwie dass die im play modus bist und eben frei bist und ich meine ich habe das nur ich habe das video den car und dann habe ich das charlie zeigt und ich habe ich habe sicher noch zwei jahre oder so habe ich das nie auf der bühne gemacht weil ich will ich so hemmige kaha weil es nicht funktioniert ja weil ich wieso gewusst habe bestand ab bei mir ist aber genauso umgekehrte ich denke irgendwie ausreden kann ich mir immer du hast denkt frage ich ich brauche vielleicht den ballon und ich habe gedacht ach irgendwie wegschwärts kann ich schon wie du kannst auch beim stand-up kannst du auch habe ich wohl mit einem kollegen sagt jetzt nicht wahr er hat gesagt ah shit weißt aber dann habe ich das bitte angefangen und ich habe gemerkt sie haben nicht so gelachen und dann habe ich es weitergemacht also habe ich gewusst das bitte wird nicht gut und dann haben gesagt aber du hättest ja gar nicht das ganze bitte müssen machen und das freund wie keine option gesehen bis dahin war es ist wie auf dem zug du steigst auf den felsen zug bist du nächsten halten stellen ja ja genauso und und also aha ich kann schon nehmen irgendwie gar nicht 079 angefangen und gemerkt niemand kennt das lied dann mache ich nicht die ganze nummer also dann habe ich ein satz darüber gesagt und dann bin ich wieder weg und und so etwas bin ich dann so shit aber wenn ich die anfangen aha dann muss ich sie ja durchziehen also wenn der dj erfreut spielen der macht nicht nur puff puff und dann ist fertig sondern dann geht es halt drei minuten und darum habe ich das mega heimige kam aber super nummer und ein cocktail dein cocktail 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 dank der schau mir ja aber das ist genau das dass du da hast du dann auf einmal das commitment ha so zu sagen okay wenn ich es angefangen hat dann mache ich es ja fertig das ist was das dinge ist wenn ich nicht mit leute arbeit und leute sketches bringe ich sehe egal egal ob es physico comedy ist oder mit text verbal oder non verbal alle haben ihre fähigkeiten eines im besseren anderen ja aber wir können alle ich habe es gesehen leute die wirklich gut so verbal sind sind manchmal kommen wirklich mit super physico sachen unerwartet ist den meisten schlecht aber die kommen irgendwann geht es wird es besser ja und auch die leute die schlecht mit wörter sind irgendwann die schnallen ist wie man gags schreibt denn wie man kommt kommen die schreibt und dann kommen sie vorwärts oder aber ich bringe mich eigentlich wenn ich einen workshop jetzt mache ich ich fange an wirklich mit physico aber sehr slow die einfache physico sachen am anfang mit tanze stunden und dann bewegungen und dann wird es ein bisschen komplizierter und dann im zweiten teil geht dann wirklich im stand-up weil ich finde stand-up für mich ist schwieriger aber jetzt einfach aus dem physico einfach tanzen du kannst mit tanzen einfach anfangen und das ist schon lustig wenn zwei eine lustige koreografie zusammen machen ja ist es für alle anderen lustig ja du siehst es sind zwei freunde fangen an eine blöde koreografie zu machen ist es einfach lustig und ja ich gehe einfach in diese richtung ich sehe alle haben ihre fähigkeiten alle wir können lustig sein entweder physico wie für du oder oder mit mit wörtern wie für mich oder ja so wissen alle unsere gehirn ist flexibel genug um das zu tun was machen wir alle in jedem tag im leben oder ja wir sehen eine lustige bewegung machen eine lustige grümmasse machen wir alle etwas physikalisch lustige mich machen auch kleine sprücke unter freunden die lustig sind absolut ist ringsherum oder ganze zeit und was was ich faszinierend finde menschen in der schweiz habe ich jetzt nicht das gefühl ich ein mega tanz volk ist nicht so in der dna von der schweiz dass man tanzt kennst kennst du diese wir zwei stunden aus einem stand-up die schweizer sind die klick tanz volk du gehst in spanien oder italien du machst music alle stehen auf und tanzen flamenca salsa ramba samba bis zwei uhr morgens in der schweiz die leute sprechen einfach lauter und das bis halb elf schweiz ist einziger ort auf die ganze welt wo zehn oder fünf sind die leute einen party schmeissen selbst die polizei anrufen merkt merkt dass es mehr arbeit braucht dass die leute in beweging kommen wenn ich nein weil ich fange ganz langsam einfach mit rumlaufen ja oder rumlaufen und kontakt augenkontakt aufbauen oder das erste schritt von communication ja auch kontakt und dann mache ich bis gemüse dazu und einfach weiter mit augen und die leute fangen automatisch an zu machen wirklich cool music wie blöd lines from from robin thick und die meisten leute finden dieses music geil und fangen schon an zu bewegen oder und es geht von alleine und dann sage ich jetzt ein bisschen mehr ein bisschen mehr und dann okay kleine choreographie und innerhalb von fünf minuten habe ich alle leute tanzen und alle leute sind am lachen und sicher auch ein großer punkt merkt schon unterschied wenn leute freiwillig kommen oder wenn es halt der beziehung der teil vom business kurs ist worauf das ist natürlich es ist wie gala und schau manchmal sind die leute zurückhaltend was ich kenne dich nicht und sie wollen nicht da sein ist einfach firmen anlass der andere bei menschen kommst du deinen shows völlig anders feeling ist es auch beim 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 solcher workshops oder wenn die leute bezahlen da zu sein sie geben mehr sie wollen mehr und sie springen sofort rein ins wasser und bei firmen die sind zurückhaltend aber das ist auch manchmal beim gar das habe ich manchmal wenn ich eine show mache eine firmen anlass manchmal ist es besser als wo die leute bezahlen oder war es einfach super firma die leute sind gut drauf so heute party es ist gleich auch mit workshops manchmal mal workshop und die leute sind super business gute kultur in diesem business die leute sind schon befreundet und dann springen sie alle sofort rein und in vollgas dinner ja es ist das gleiche gleiche system es ist schwierig zu sagen das eine besser als andere es ist natürlich wie normalerweise es viel einfach von die leute bezahlen da ja 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 und wollen wollen etwas lernen wollen über ihre hemmungen springen wollen einfach ich verkaufe es in den sinn vom spaß zu haben einen tag oder zwei tage mit mir spaß zu haben einfach so ein spiritual awakening so mehr spaß und glück in dein leben zu bringen durch diese erkenntnisse vom humor und wie wie gut es tut einfach den ganzen tag zu lachen und wie man mehr am happiness in sich bringt oder mein mein ding ist mein message ist nicht wir versuchen alle so happiness zu bekommen indem wir karriere boost haben oder in ferien machen oder etwas gewinne oder voll machen und das ist alles so außenwelt gewinne oder das uns glücklich macht ihr kind haben oder neue frau treffen das dann werde ich glücklich und mein sachen ist wenn wir uns drinnen einfach von drinnen diese glück bringen kannst dieser happiness oder strafe das raus und ist egal was du dann im außenwelt hast oder egal ob die die leute dich anlecken oder nicht egal ob du einen guten job hast du nicht du hast immer diese diese freude an leben am aneinander an deiner familie du findest einfach freude du bringst deine deine vibration höher deine oder wie sagt man das deine schwingungen oder und wenn du deine schwingungen durch diese diese happiness diese laute dieses spaß diese spiele dieser schwingen hoch bringen dann siehst du einfach andere leute zu dich die auf diese schwingungen sind like attracts like absolut oder und dann hast du andere gute leute um dich haben dein job wird besser automatisch du hast mehr schöne erfahrungen so ja das ist einfach mein message bringt bringt dass das dass diese innere glück in alle deine organen ich mache auch meditation wo die leute in die organen meditieren die organen zum lächeln bringen und wirklich innen usa und dann dann komme ich mit ganz einfachen übungen wo die leute einfach auf die bühne gehen einfach das herausstrahlen und alle leute applaudieren ihnen einfach dass sie dass sie da sind leute kriegen einfach super gut gefühl dass ich einfach dass ich leben dass ich hier bin und dann die ganze schwingung kommt sehr schnell hoch in den ganzen raum von die leute oder und dann dann gehen sie auch mit diesem neuen art und weise zu denken und ja ja ich glaube was man manchmal vergisst habe ich habe mir gemerkt ist man ist ja auch immer noch selber mitverantwortlich für was auch immer passiert aber vor allem einfach was man eben dann dabei empfindet aber dass du kannst eigentlich sagen ich sage es einfach du bist du bist schuld für alles was wenn du denkst wenn du umdenkst und sagt ja das was mir passiert ja kriege selbst weil ich bin meine eigene powerhouse auf energie und gott oder und wo ich bin dann ziehe ich einfach die richtige energie sachen zu mir oder so wenn du diese selbstverantwortung für alles übernimmt auch den scheiß in dein leben ich bin für das verantwortlich dann gehst du eine ganz andere art und weise mit dem umzugehen da absolut und es kann sich heilen ich habe es auch mit meiner so partner so kids oder so gesehen sagt ja mein jemand hat mich mit mir ja geägt oder sagen ich bin okay ich bin voll dafür verantwortlich ich muss davon etwas lernen ich nehme alles für alles verantwortung es bringt dir einfach aufeinander vibration und dann hast du dann siehst kannst du sie gute sachen wieder ansehen also naja es ist so weil es ist eigentlich es ist nicht wie will ich sagen es ist nicht immer mir schuld dass etwas passiert aber es ist sicher meine verantwortung ja was ich damit im moment du denkst es ist das ist andere sind schuld aber sobald du das umdenken tags ich habe das irgendwie ja für mich gemacht egal wie schlecht es ist ja sorry es ist ja dann auch mit man redet immer vor so extrem fällen das wenn etwas passiert aber es geht ja nicht darum dass immer etwas passiert sondern es ist ja dann auch immer eine sagen wir mal in einer passiven setting an ich gemerkt eine zeitlang habe ich kann ich nicht mehr so gern mix shows gespielt zum beispiel und dann habe ich gemerkt warum will ich bin und mix shows als volles erlebnis und ich habe den geschafft an der mix shows kann von den podcast schneiden ich würde den mails machen das heißt ich bin dann mit meinem laptop bin ich kann die mix show bei ihnen in einer ecke gesessen hat jetzt mit zugs gemacht irgendwann ist mir auftritt okay ich mache mir schon danach hat irgendwie wieder bis ich dann irgendwann gemerkt habe ah nein ich muss das alles ja es ist auch meine verantwortung dass ich etwas zu dem beitrag das zum beispiel backstage gute stimmung ist absolut ja du bist der gastgeber das ja nicht mal wenn ich gastgeber bis aber wenn ich das organisiert hast dann bist du gut organisiert habe ich nicht noch habe ich nicht noch mails gemacht okay aber einfach wenn ich nicht mehr sonst bin ich schon auftreten bin ich eben sehr passiv worden und einfach schon nur dann es ist ja eben ein bisschen mitverantwortung dass einfach andere leute irgendwie auch gut haben und dass man so ein gemeinsames erlebnis hat und und das merkt man auch wie sich das dann wieder auf wird übertragen weil wenn sie sagen ah keine ahnung wenn irgendetwas sich freut dass joel kommt und dann hat hockt er nur im ecken am laptop ja dann gibt ihr das ja nicht ja nein da hast recht und das ist ja nicht mal ein moment wo etwas aktiv passiert ja das ist ja nicht am ist wieder etwas schlimmes passiert wie gang ich jetzt damit um sondern das ist einfach going through life so und und das kommt wieder zurück zu kleinen interaktionen wenn du mal an einer kasse wisch und so weiter und ja ja das sind die sie dies in die interaktion die unsere leben schön machen ja das ist so easy ja darum die mensch jetzt ein bisschen ja wie viel haben wir noch wir haben noch eine ok ja was mir wirklich glücklich macht ist zu sehen dass meine familie gut geht ja ich habe zwei erwachsene kids oder und ja wenn ich sehe dass sie nicht so konstant kämpfen müssen meine kinder genau wie ich muss denn wirklich sehr sehr hart arbeiten durchzukommen im leben haben viele so hatte so schläge bekommen also failures und so in verschiedene sachen oder und jetzt ich sehe dass sie jetzt auf dem richtigen weg sind und ja wenn wir jetzt zusammen sind haben wir es macht mir einfach und glücklich sind meine meine kids und meine frau zusammen zur ferien machen können vor ein paar wochen in der tessin alle zusammen mit neuen mit den freundinnen und meine sohn und freund für meine tochter und zu sechs haben wir einfach keine family fun weekend haben und das war einfach vom anfang bis ende so reine joy joy of deutsche freude reine freude ja 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 das ist mega schön es ist ja was immer spannend ist ist ältere wann ja für die kinder nur das beste und trotzdem gibt ja dann irgendwie so eine so eine diskrepanz zwischen mccain ja trotzdem nicht alles gar und irgendwie du musst ihnen genug geben zum dass sie leben kann aber nicht so viel dass sie nicht arbeiten müssen das ist so geld mäßig oder dass du willst einfach dass sie genug haben dass sie dass sie nicht sterben aber nicht zu viel dass sie muss nichts tun und einfach zurück und wahrscheinlich nicht nur in geld sondern halt weil sie noch jung sind meine auch in der erziehung oder wenn natürlich war es toll immer süssigkeiten zu haben immer fernse zu schauen dass papa mama macht alles für ihnen und sie mit genau machen ja 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 und und es ist ja der konstante kampf mit ich will dass es dir gut gut also ich will auch dass du etwas lehrst und dass du später dass es dir später gut 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 so und und lustigerweise kinder gesehen ja dann oft mehr so wie eine verantwortung das höre ich oft wenn das ist so ein bisschen halt unsere generation jetzt oder unsere generation so äh die eltern haben viel müssen machen denen ihre eltern haben noch mehr müssen machen oft nachkriegszeit dass überhaupt irgendwie etwas rumgesehen ist und durch das kriegen die kinder dann ja so ein bisschen verantwortung gegenüber den eltern aber das heißt ich muss ja auch irgendetwas gutes machen damit sich das gelohnt hat wo meine eltern gemacht haben oder wenn du sagst du hast viele schläge kriegt in deinem leben dann willst du ja trotzdem nicht dass deine kinder wegen dem zu grosses verantwortungsgefühl kriegen dir gegenüber im sinn von shit weil er so viel gemacht hat mir mir jetzt irgendwie auch sondern es muss immer die balance was ich noch schwierig finde zum zum herausfinden sage ich jetzt mal die balance ist schwierig zu finden oder einfach ja wo was ist der treib hinten oder ist es ein schuldgefühl ist es einfach das beste ist dass wenn du etwas machst einfach dass du magst es aus vollen freude und passion und leidenschaft oder nicht einfach dass ich mag das nur meine eltern weil sie so viel gearbeitet haben oder gemacht haben in diesem sinn oder ja ja ich habe einfach ich habe auch versucht meine kids immer so in diese richtung auf den leidenschaft oder gehend wird in leidenschaft ist oder und da versucht sie keine schuldgefühl zu machen für alles was was wir durch erleben müssten dass sie so ein gutes leben haben ja 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 das war ja als kleinkinder die waren immer sehr gutes publikum und verloren zwischen so 16 und 18 aber jetzt ist die stark zurückgekommen und meine tochter jazzy hat sie für ein paar wochen haben einen workshop gemacht hat mir geholfen sie hat mir so unterstützt ja dann hat gesagt hey papa ist so eine tolle sache ich will dass ich will dass im zukunft das mit dir immer mache ja mega geil und sagt okay wir bauen das auf und dann wenn ich keine lust mehr haben diese diese firma zu machen mit spencer academy heißt es dass sie das übernehmen kann oder jetzt hat ihre name schon drauf family business ich würde mich freuen wenn wenn sie das das machen sie ja sie sieht einfach den sinn drin oder sie hat einfach mit aufgewachsen mit diesem philosophien immer gehört und und sie muss das ist das ding oder wir schützen die kids durch die ganze schulzeiten und geben die beste erfahrung und dann plötzlich sind in arbeitswelt haben wenig geld haben viel arbeit viel stress und es ist alles so diese diese wunderschöne zeit ist für die bis sie den füssen finden da drinnen das kann ja fünf sechs sieben zehn jahren da und wirklich etablieren in diesen arbeitswelt und finde heraus wie das wirklich funktioniert wo und da ja ich weiß nicht mehr was ich dann sagen will aber einfach weil ein family business family business so jetzt das ist geht es immer eine schwierige zeit und dann kommt in eine gute zeit ja und das ist jetzt meine kids sie kommen jetzt in so eine in eine gute zeit und das ist ja das ist sicher auch ein befriedigendes gefühl wenn man weiß man ist jetzt eben nicht mehr so verantwortlich sondern jetzt jetzt haben sie sie haben ja schon ein eigenes leben oder mit websites und e-mail und solche sachen weil es mein sohn ist graphic designer und also 3d motion graphic artist und er hilft mir mit computer hat man ganz so updates gemacht auf meinen computer gestern und es war auch gott sei dank ein chineser als sohn habe und meine tochter hilft mit einfach mit werbetext und so was sie versteht das viel besser als ich ja es ist da es ist cool ich weiß noch irgendwann hast mir erzählt wo irgendwie alle wieder bei euch gewohnt haben und noch irgendwie aber freund und freundin und was weiß ich pandemie wir haben 112 quadratmeter 112 und wir haben sieben leute zu hause gehabt während der pandemie all die freunde und freundinnen gekommen auch die schwester für meine frau es ist war alles was drei jahre lang ziemlich eng bei uns aber wir haben viel gelacht und viel spaß und viel blödsinn gemacht ja das ist ja schön und wie oft macht ihr jetzt so family family von von trips wir versuchen es jeden paar monaten so jeden drei vier monaten etwas machen wir gehen auch im sommer alle zusammen eine woche nach sardinien machen auch etwas in ein paar tage es gibt so eine riesen kristall laden in rappers will jona und riesengroß auf 2000 quadratmeter von kristallen und unsere ganze familie lieben kristalle wirklich ja und so wir machen so eine kleine ausflug in diese kristall laden mein sohn hat meine tochter was ist immer noch am studieren so etwas geld geschenkt dass sie so einkaufen kann kristall kaufen und einfach so kleine gäste finde ich geil dass er für seine schwester was geld schenkt dass sie einkaufen kann in einen kristall laden weiß wie viel sie kristall liebt und das ist einfach ein schön wir werden wahrscheinlich wahrscheinlich vier stunden dieser kristall laden verbringen kristall aber 200 wie viel 2000 2000 quadratmeter es ist unglaublich du gehst daran das heißt kristall fällt oder so etwas ist in hinten vom jona rabe sie in wildeigen okay es ist gigantisch und es hat die schönsten sachen und auch so riesen skulpturen aus so aus china aus aus marmor gemeißelt und es ist bloß your mind okay ja wer gerne kristalle hat muss unbedingt dahin gehen es ist fantastisch es ist wirklich so ein ausflug dass das definitiv nach mehr ausflug ja das ist ganz diese geologie museum es gibt es in zürich oder in der natur ja es gibt so eine geologie abteilung oder das kannst du vergessen einfach dahin da kannst du auch kaufen hat sich das schon die family fun trips hat sich das so natürlich entwickelt oder handelt es irgendwann klar entschieden dass das immer wieder wand machen ich wir haben das einfach klar entschieden aber wir haben nie genau das gemacht und das war so viel spaß auch mein geburtstag letztes jahr haben wir also eine riesen trip gemacht so eine wandelbisse noch ein berg gewandelt und dann benachte ich eine hütte meine kids sind und noch ein paar freunde acht und alles so in einer einer alle in einem zimmer ja und haben gedacht wir haben so viel gelacht am abend haben so an crimes against humanity gespielt und ja das war so viel lachen und habe gedacht das ist so heilend einfach zusammen zu sein und haben so spiele zu machen und lachen wir müssen das regelmäßig machen und jetzt versuchen wir das regelmäßig zu machen und da oder ja manchmal ein einfach ein tag manchmal eine wochenende und aus ist unsere familie tradition wenn wir zusammen sind für ein paar gegen etwas wir spielen wir nach dem essen dann spielen wir etwas wie charaden kennst du schrägst oder wo du und pantomimische ja du kriegst ein wort und du musst es pantomimische spielen wir hast bei uns tabu ja 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 und wenn wir spielen mit anderen leuten mit fremden die hat keine chance weil uns meine die kids die sind so schnell ja und da ja wir spielen es als familie wir spielen auch gerne zusammen quiplash kennst du das es ist so eine stand-up comedy du kriegst ein prompt so eine set-up line ja so dann etwas das so geister davon angst haben ist eine frage oder dann musst du einen mit dem handy ein antwort schreiben und du spielst alles so gegeneinander ist online von jackbox games heißt quip flash und du musst sehr schnell sein eine antwort schreiben und dann du dann du siehst die anderen antworten du kannst sie bewerten oder und du eine gewinnt ja und wir machen sie als impro spiel oder klassisch im pro spiel aber mit 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 dem handy wird so erstens ist pantomimisch mit dem charade und dann mit mit dem wörter mit mit quiplash das sind dann wir lachen damals da manchmal hast du so bald bekommen die die insider jokes ja genau das ist es da kann man so wirklich die die hartesten so insider jokes unter die familien wirklich schwarz humor ja du kannst wirklich übereinanders lustig lustig weil das das habe ich gerade weil ich sage das ist ja eh noch mal speziell du kriegst du weißt du etwas was vom geister davon angst haben und dann ja dann schreiben die kids so die salatsoße für mama oder irgendetwas wo man weiß dass es sie macht das hier und 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 dann ist es einfach aus diesem blöden satz ein riesen lacher oder einen running joke in der familie dann bleibt ja logisch weil ich glaube es ist ja eh noch mal merke ich immer sobald ich wieder meine familie gesehen bin ich bin ich noch mal viel mehr mich selber töten so blöd aber aber ich komme natürlich du fühlst du halt so geborgen und so und so daheim und sowohl nicht zu schützen genau keine masken das ist die masken fallen komplett weg oder dass ich das ist auch ein ding oder das ist was ich mache in meinem workshop ist dass diese diese masken idee wir tragen alle eine maske oder dieser ich bin der harte masken weil ich kann alles aushalten oder der der victim maske ich bin immer so oder der der cooler masken ja wo sex egal was wir haben wir wechseln die masken vor dem boss habe ein maske und dann für den frauen anderer masken von freundern anderen maske oder in diesem szenen oder und dann ja wenn du zusammen bist mit der familie so du kannst keine maske tragen das ist sofort werde wisst und bumm das ja du bist auf die gleiche level oder und und ich finde das auch immer mega schönes gefühl weil du kannst dann wirklich so ja du kannst wieder loslaufen oder ja und ich merke es mega schnell weil es sind dann halt so die ganz kleinen sachen wieso auch immer wahrscheinlich wie nach zu essen viel mich dann meine schwester viel zu lang und sie nervt sich dann und du merkst das ist das ist das ist das vor 30 jahren so gesehen oder wenn ich mit so einer kamera irgendwie rumgelaufen bin und jetzt sollte mit dem iphone obwohl ich eigentlich etwas anderes habe welchen filmen und und irgendwie und und meine mutter lacht dann aber irgendetwas wo ich gesagt habe wo eigentlich gar nicht lustig ist weißt ja war irgendwie so das ist so ihre reflex und das das kommt dann alles darum ist ja viel spaß das muss man unbedingt machen ja mega schön ich glaube wir haben alle durren oder wir sind alle durren für meine meine fünf ja das sind schöne sache gesehen danke es ist nicht gewöhnliche sachen wie man anderen oder ja es ist es ist es ist wirklich spannend wie völlig unterschiedlich leute bringen was genau genau wie zum beispiel das wenn hat nur situationen braucht klare situationen und oft auch erfunden nicht so einfach so was so also erfunden einfach so eine wunsch situation wo du seid genau wie ist es gegangen du hast auto vollpackt irgendwie es läuft schon die musik all deine freunde sind schon im auto und jetzt geht's weekend los oder irgendwie so etwas war ja das ist schon glücksgefühl unter schenken rasen meihe das klingt genau wie check es ist der erste ziel eine ganz frischen joint und du hast seit zwei wochen nicht geraucht das ich glaube ich glaube ich bin mir gerade der nach rasen meihe nach dem ersten zug aber alles wird mit gras zu tun aber als sehr schöne sachen gesehen und vor allem ich mag die kleine aber was zum beispiel einfach smile für die sehr schön ja weil es ist etwas wurde dass wir alle vergessen wie wichtig es ist ja alle für sofort einsetzen können einfach besser zu fühlen es ist so so dubbel einfach hier besser zu fühlen ja und plötzlich fuß all die scheisse gefühle sind wegen du bist nein ein ort von von freuden sehr schön den vielen dank bist du durchsehen bitteschön viel erfolg weiterhin shows macht nicht so viel leider momentan aber die immerhin ich mache ein paar shows ja eigentlich mal ein bisschen mehr selektiv muss nicht zu mir kommen ich gehe nicht zu den leuten sie müssen nach zukommen wenn sie mich sehen oder baden in baden spielen wir zusammen am baden spielen wir zusammen in ein paar wochen ich werde auch wahrscheinlich ein paar soloshows im baden machen im herbst ja 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 ein paar baden und ein paar entzug einfach aus aus erwählte ordnung mit kleinen einfach ich mache es nicht für geld ist auch eine schöne schöne sachen weil es das ganze geld was ich verdiene geht an eine sehr arme familie von der ich der vater bin und ich mache es eigentlich nur um mich im kopf fit zu halten so mit meinem material das ist dass ich nicht so rostig wird weil ich arbeite wirklich an meine ganzen workshops und kino über humor im augenblick das sind wirklich meine hauptaufgabe dieser diese humor knowledge wissen neue wissenschaft zu zu teilen unter die leute und ja mache ein paar shows das ist dass ich fit bleiben dass ich auf der bühne fit bleiben ja ja wenn ich an die dank denke ich nie dass du fit bist nie im leben nein viel erfolg mit der spencer academy und danke christoph bis bald danke christoph bis bald bis strafe bis hier bis Home